Unsere Kunden profitieren von der Verbindung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und dem einzigartigen Umfeld in Freiberg. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir innovative und nachhaltige Lösungsansätze. Wir sind nicht nur ein Ingenieurbüro, sondern ein Aninstitut einer Technische Universität Bergakademie in Freiberg. Dadurch unterstützen wir die fachliche Ausbildung junger Ingenieure und sind in enger Kontakt mit den Wissenschaftlern. Dies gewährleistet es, individuelle Lösungen für anspruchsvolle Aufgabestellungen der Aufbereitungstechnik zu entwickeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017